Herzlich willkommen zurück, Leute. Bevor es heute mit der Roomtour losgeht, möchte ich mal kurz ein kleines Update geben zur vorherigen Roomtour, die ich gemacht habe, nämlich zu meiner 100-Euro-Wohnung. Und zwar sind aus den 100 Euro mittlerweile ca. 130 Euro geworden, weil der Euro im Vergleich zum Lari halt abgeschmiert ist. Oder weil der Lari halt zurzeit außergewöhnlich stark ist, weil halt viele Russen nach Georgien kommen und dann halt in Lari ihre Gelder umtauschen. Die Nebenkosten sind nicht wirklich gestiegen. Also ich habe in den deutschen sozialen Medien häufig sowas gelesen wie, ja, aber in Deutschland, wir sind ja nicht die Einzigen, die so viel jetzt auf einmal für die Energie bezahlen müssen, sondern es ist in ganz Europa so, das ist normal, das ist die Situation gerade. Das liegt nicht daran, dass unsere Beherrscher maximal unfähig sind und doch, also es liegt schon ziemlich da dran. Klar sind hier auch manche Sachen teurer geworden, aber so wie das halt in Deutschland der Fall ist, ja, das ist auf jeden Fall nicht normal. Oder wie das halt in Europa ist, das hat was mit Sanktionspolitik zu tun. Und selbst Georgien, die ziemlich viel Stress mit den Russen geopolitisch haben, weil es ein angrenzender Nachbar ist und halt 2008 Kriege und so weiter, hat keine Sanktion. Und das ist einer der Gründe, warum die Nebenkosten ja hier nicht explodiert sind. Ja, ganz einfach. Und es gibt ja auch eine merkliche Inflation. Die gab es ja eigentlich auch schon immer, weil der Lari an sich einfach keine gute Währung ist und Georgien halt sehr viel importiert. Also wenn man das vergleicht so mit den letzten Jahren und so, ist das jetzt nicht besonders extrem oder so. Wohingegen in Deutschland das schon wirklich außergewöhnlich ist. Und sonst, was man noch hier zu Georgien sagen kann, die vielen Flüchtlinge aus Russland und der Ukraine, ja, lassen natürlich auch manche Preise hochgehen, vor allem aber auch, ja, Mieten. Ja, und meine Wohnung ist davon jetzt nicht wirklich betroffen und die, die ich gleich vorstelle, auch nicht. Aber so die Otto-Normal-Wohnung in Batumi oder hier in der Stadt, also eine vernünftige Wohnung, hat sich auf jeden Fall also verdoppelt oder verdreifacht, sowas, ja, zu mieten. Ja, zum Wechselkurs, um mal einen kleinen Vergleich zu geben, also als ich in Georgien angekommen bin, im Februar diesen Jahres war der Kurs so bei, also für 1 Euro hat man 3 Lari 30 bekommen oder 3 Lari 40 und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo es für 1 Euro ungefähr 2 Lari 70 gibt, also ungefähr, ja, 30 Prozent weniger, so um den Dreh. Manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr, aber die Tendenz ist jetzt gerade eher fallend und sofern die ganzen Russen nicht einfach wieder zurückgehen nach Russland und so wird der Lari auch erstmal, ja, wahrscheinlich stärker bleiben. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Devisen, Wechselkursen und so weiter, aber das ist einfach das, was ich jetzt gerade hier so mitbekommen habe, ja. Soviel zu der Wohnung, springen wir mal rein jetzt zu der Wohnung, die ich euch zeigen möchte. So, kommen wir mal jetzt zur Wohnung, die ich euch zeigen wollte. Es handelt sich um ungefähr 30 Quadratmeter. Die Wohnung kostet 500 Lari, das sind ungefähr 180 Euro. Also, die Wohnung haben wir nur so günstig bekommen, weil wir, ja, da Kontakte dahin gehen haben, sonst würde man eine Wohnung in der Preisklasse nicht mehr kriegen, weil für Hauptstadt ist das Ganze schon günstig, obwohl die Wohnung nicht so toll ist. Das Bad ist ziemlich unschön, es duftet nicht so toll und es hat auch kein Fenster nach draußen quasi, man hat keine richtige Dusche oder so und, ja, so einen kleinen Beuler hat man aber und was auch sehr lustig ist, dass der Kumpel, für den wir die Wohnung besorgt haben, sich selber einen Toilettenpapierhalter basteln musste, weil der Vorbesitzer nicht auf die Idee kam, ja, mal sowas zu machen oder so. Der Vorbesitzer war an sich auch sehr schlampig, aber da geben wir gleich nochmal ein bisschen genau darauf ein. Ja, man sieht halt zwei Betten, größerer Flur, wenn man so reinkommt, hier noch so eine kleine Zwischenkammer mit so ein bisschen Schränken und, ja, einen Tisch, den wir auf Anfrage von der Vermieterin extra dazu bekommen haben, also der war eigentlich nicht da. Ausstattung war in der Wohnung quasi, ja, was war da drinne? Also halt Waschmaschine, Kühlschrank, aber jetzt andere Utensilien mussten gekauft werden. Heizung ist auch nicht drinne, aber da wird man dann im Winter so einen Heizstrahler. Ja, also die Vermieterinnen nachfragen, dann wird man das auch bekommen. Ja, hier, das ist keine so eine Warmwaschmaschine, sondern halt, ja, so eine ganz, ganz einfache. Ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Ja, hier kleiner Gaskocher, der war auch drinne. Bisschen Schränke, kleine Küchenzeile, aber auch mit Warmwasser. Und, ja, viel mehr ist in der Wohnung auch nicht drinne. Wie gesagt, es sind halt 30 Quadratmeter. Und, ja, ziemlich dunkel in der Wohnung. Deshalb ist die Lichtqualität auch nicht die allerbeste. Und, ja, schicke Holztür. Lustig war ist, dass am Tag des Einzugs das Türschloss getauscht wurde. Und es hat dann geklemmt. Und dann ist der neue Schlüssel in dem neuen Schloss im Prinzip durchgebrochen, weil das Ganze einfach, ja, schlampig gemacht war oder in einer schlechten Qualität halt gekauft wurde. Aber der Schlüsseldienst hat das dann nach einer Stunde oder nach zwei Stunden gemacht. Und das hat auch alles die Vermieterin anscheinend los bezahlt. Und, ja, genau. Dann ging das auch klar. Eine Sache, die ein bisschen unschöner war, war, dass der Vorbesitzer angeblich wohl eine Katze innerhalb der Wohnung hatte, die die ganze Zeit ein- und ausgegangen ist. Und der Mensch war wohl nicht der allerhygienischste. Deshalb, ja, kam es dann dazu, dass in der Wohnung Bettflöhe waren. Und, ja, da musste mein Freund die Wohnung einmal komplett absprühen. Ja, mit so einem Mittel dagegen, mit so einem Insektizid oder wie das heißt. Und, ja, das hat das Problem wohl behoben. Dann wurden auch die Matratzen von der Vermieterin ausgetauscht, also anstandslos. Die hat das natürlich verstanden und dann auch sofort gehandelt. Also das ist das, was zählt. Wohingegen in Deutschland so Menge von Vermietern vielleicht nicht unbedingt allzu schnell beseitigt werden. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und hier in Georgien, trotz dessen, dass es halt eine sehr niedrigpreisige Wohnung ist, hat sie das anstandslos sehr schnell gemacht. Und, genau, kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Und, ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, warum holt man sich so, ja, gammelige Wohnungen oder sowas Schlechtes? Ja, das liegt halt einfach daran, dass man es halt kann. Also, dass es in Deutschland wahrscheinlich gar nicht legal wäre, ja, sowas zu vermieten. Und das heißt aber auch, dass wenn jemand Geld sparen möchte, er sowas nicht mieten dürfte, ja, weil er dann bevormundet wird in der Hinsicht. Und, ja, in Georgien, also was kostet eine normale Wohnung mittlerweile auch in der Größe locker 4 bis 600 Dollar in der Stadt. Die sind dann auch ausgestattet mit Fernseher, Bettzeug, Küchenutensilien und so weiter. Aber die Mieten, kann man schon sagen, haben sich verdoppelt bis verdreifacht. Da kommt es auch nochmal auf die Stadtteile an. Aber diese Wohnung war jetzt auch in Warka, also einer der besten Stadtteile der Hauptstadt. Und dafür ist die Wohnung wirklich sehr günstig und wäre die auf dem Markt ausgeschrieben worden, wäre die auch direkt weg gewesen. Aber wir haben halt über Kontakte die vorher bekommen. Und noch eine Sache, die man zum georgischen Mietmarkt sagen muss, ist, es gibt keine Mietendeckel, es gibt keine Mietspiegel, es gibt keine großartigen Bauregulierungen. Also ich habe auch schon, ja, Sachen gehört, dass einfach wer im Garten so eine Hütte errichtet hat und das dann vermietet hat oder so. Und das klingt vielleicht absurd, aber dann kriegt man es halt billig. Des Weiteren gibt es hier auf dem Immobilienmarkt meiner Information nach keine Grundsteuer und die Steuer auf Mieterträge ist sehr gering. Also irgendwas, ich weiß nicht, ich glaube es sind nicht mal 15 Prozent, es ist glaube ich noch weniger, also irgendwie 5 oder 10 Prozent. Nagelt mich nicht darauf fest, aber sowas in der Richtung habe ich auf jeden Fall mal gehört. Und deshalb, ja, passen sich die Mieten hier dann sehr schnell der Nachfrage an. Manche finden das vielleicht schlecht, aber wer mein Video zum deutschen Mietmarkt gesehen hat, weiß auf jeden Fall, dass das sinnvoll ist, wenn man einen Mietmarkt hat, der sich selbst reguliert, weil, ja, irgendwann werden die Mieten halt so teuer, dass sich halt Leute überlegen, auf diesen Platz, also noch diese Plätze einzunehmen, die halt eben wertvoll und nachgefragt sind. Und das ist eben der Sinn von Angebot und Nachfrage. Also wenn Wohnraum knapp ist, muss er halt teuer werden. Ja, das, dafür sind Preise da, um das Signal halt zu geben. Und, ja, wenn man hier eine freie Preisbildung hat, geht das halt in beide Richtungen. Also es wird dann halt teurer mit der Nachfrage, aber sollten die Russen wieder gehen, werden die Preise dann auch wieder purzeln. Also davon ist auf jeden Fall auszugehen. Und der Preis fördert dann natürlich auch, dass, ja, Wohnungen, wenn, also wenn teurere Wohnungen oder besser ausgestattete Wohnungen gefragt sind, dass halt Investments reingepumpt werden und das auch neu gebaut wird. Ja, und das ist halt eben ganz wichtig. Und deshalb muss ich sagen, der Wohnmarkt, also obwohl hier die Nachfrage jetzt echt heftig angestiegen ist, funktioniert dann auch ziemlich gut. Klar ist es dann teuer, aber dafür, dass das eine Hauptstadt ist und so, finde ich, dass das alles hier sehr gut funktioniert. Und, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es da keine Mindestanforderungen gibt, also die dann solche Wohnungen verbieten würden oder so, weil dann können halt eben auch Leute, die es sich nicht so viel leisten können, trotzdem eine Wohnung mieten. Und, ja, das finde ich ist auf jeden Fall eine gute Sache. Sachen, die natürlich nicht so schön sind, ist, wenn Vermieter, also trotz dessen, dass ein Vertrag noch existiert oder so, dann probieren halt, ihre Position zu benutzen, um halt irgendwie Leute abzuzocken oder so. Sowas gibt es auch auf jeden Fall. Da habe ich hier so einen Screenshot, mal in so einer Auswand, in einer Georgien-Auswanderer-Gruppe gelesen. Und da hat halt jemand, trotz des Faktes, dass, ja, der Mietvertrag halt noch für ein paar Monate Bestand hatte, wollte er die Miete zum nächsten Monat dann halt erhöhen von, ich glaube, 500 auf 700. Und das hat er dann auch noch als Freundschaftsangebot verkauft oder so. Die Gerichte in Georgien sind auch nicht die allerschnellsten. Also es ist natürlich nicht annähernd so schlimm wie in Deutschland oder so. Aber, ja, trotzdem will man hier diesen Stress nicht haben. und man würde jetzt nicht aus der Wohnung fliegen, also wenn man da nicht darauf eingeht oder so. Aber Leute, die da eher dann Angst haben oder so, die werden dann natürlich da übers Ohr gehauen. Und sowas ist natürlich echt nicht schön. Aber, ja, das sind halt Sachen, die gibt es leider überall. Da würde ich einfach sagen, ja, passt einfach drauf, dass ihr nicht über den Tisch gezogen werdet. Egal, wo ihr seid. Also immer da nochmal Rücksprach halt mit jemandem, was in Georgien natürlich gut ist, dass so eine Rechtsberatung hier extrem billig ist. Also da kann man mal einfach reingehen und fragen und dann einen kleinen Minibetrag bezahlen. Aber in Deutschland sind ja auch Erstgespräche, glaube ich, oft umsonst oder so. Und, ja, dann kann man sich einen groben Überblick über die Situation verschaffen. Aber, ja, sowas kann mal passieren. Also das habe ich jetzt hier von Batumi mitbekommen. Wir persönlich hatten hier noch keinen Ärger in Tiflis. Und, ja, genau, das ist so ein kleines Update, was ich mal zum Mietmarkt geben wollte. Ihr könnt mal sagen, was ihr von der Roomtour gehalten habt, was ihr noch für Content sehen wollt. Und, ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bestimmt noch bei einem anderen Video wieder. Danke fürs Einschalten. Und, ja, alles Gute, Leute. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.